Moin Leute und herzlich willkommen bei RCKs&Co. Heute haben wir den Sledge mal wieder vor uns stehen. Endlich habe ich mich mal wieder beim Casper getroffen. Mittlerweile hat sich schon einiges verändert an dem Auto. Er hat auf jeden Fall hier ein paar blaue Teile. Das war vorher schwarz, oder? Das war alles schwarz. Das hat er jetzt alles in blau gekauft. Blauer Heck-Spoiler war glaube ich beim letzten Video auch schon, aber eine Spoiler-Halterung aus TPU. Und ansonsten haben wir hier jetzt einen Max-6-Regler, oder? Max-6-Regler, genau. Ansonsten ist eigentlich noch alles gleich. Hier ist jetzt noch mal ein anderer Lüfter drauf. Ach so, und wir haben jetzt den Frontbamba von POS, ich zeig's euch gleich auch noch mal, wenn die Karo drauf ist. Er hatte ja zwischenzeitlich diese Variante vom Slash-Bumper quasi einfach dran gemacht. Aber das war dann noch nicht so stabil, deshalb hat er jetzt den dran. Dann mach die Karo mal drauf. GPS ist jetzt drin. Jetzt muss ich noch mal kurz das Video beenden, zum GPS starten. Also bis gleich. So, dann geht's weiter. Ich zeige euch noch mal kurz den Frontbamper. Fahr mal ein Stück zurück. GPS habe ich jetzt eben gestartet. Also ich finde, der Frontbamper macht das Auto einfach aggressiver. Oder ja, es ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber die Funktion erfüllt es und es sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Es könnte definitiv schlimmer sein. Dann würde ich sagen, mach mal den ersten Run. Wir haben dann vollen 6S drin, oder? Ja. Bremse ist wohl hart eingestellt, oder? Du gehst hart auf die Presse. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal kurz aufs GPS. Scheiße, mir fällt gerade ein, wir hätten noch Speedrun mit TSM machen können. Ach so. Ja, meinst du aber von der Geschwindigkeit ändert das ja nichts? Ja, da kam letztens auch irgendwie auf 2-3 Kilometer mehr, wenn ich mich recht erinnere. Ja, okay. Eben ergab es 74, oder? Wenn ich jetzt nicht dumm bin. Jetzt TSM ist voll an. Ja. Eben war TSM nämlich aus. Jetzt machen wir noch mal einen Run mit TSM an und gucken mal, ob das auch von der Geschwindigkeit was verändert hat. Castor meint ja. Dann probieren wir es mal aus. Uuuuuhh. Oh, da hat man das Schild jetzt gerade gesehen. Ja, der macht ja schon Stubby. So, dann gucken wir mal aufs GPS. So, ähm, jetzt ergab es eben 70. Wir haben das GPS jetzt rausgemacht. Machen noch ein paar Boden-Stunts. Alter, die Karre ist so laut, da muss ich voll brüllen. Dann, ähm, ja, mach mal Willi. Geil, schon. Also die Power-Untex S ist schon enorm. Kaspar hat eben auch gemeint, dass allein wenn du Halbgas fährst und dann Vollgas durchziehst, mach immer noch ein Willi. Mach mal Stubby. Mach mal Stubby. Nochmal Willi. Oder das? Aber da muss es komplett stehen. Jetzt. Und dann direkt voll durch. Ja, aber das war mit den Badlands. Ah, TSM ausmachen. Ja. Aber beim letzten Mal, das war auch beim Speedrun. Da hat er es mit den Badlands geschafft. Entweder liegt es jetzt am Regler wirklich. Es ist doch auch, äh, wenn du direkt durchziehst. Warte mal, es kann aber sein, dass Punch auf 1 ist. Ja, wir stellen mal den Punch um. So, wir haben jetzt, äh, Punch von 3 auf 5 gestellt. Was ist das jetzt? Oh, jetzt stinkts, jetzt stinkts. Hä? Was? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Nein. Aber irgendwas hat gestunken. Nein. Oder bin ich jetzt blöd? Ja, der Regler riecht schon nicht, aber der riecht eigentlich nicht. Naja, eigentlich ist alles normal. Na gut, machen wir weiter. Oder ist es einfach nur so? Ja, aber jetzt komm nicht. Also ich, weil, dadurch, dass es dann nicht ging, oder ich hab's mir komplett eingebildet, machen wir die Karol einfach. Ja, ich hab Gas gegeben und es hat gar nichts getan, weißt du? Ich hab Gas gegeben und es hat gar nichts getan, weißt du? Nein. Ja, aber man merkt es trotzdem. Probier nochmal, Willi. Ja, okay, dann würde ich sagen, ähm, das macht so, also es macht zwar einen Unterschied, aber er schafft es trotzdem dann nicht ganz. Das liegt halt an dem Regler, dass der nicht komplett... Oder an den Reifen. Oder an den Reifen, aber ich denke eher am Regler, weil... Ich auch, ja. Ja. Dann würde ich sagen, ein Versuch, was wäre. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und um weiterhin keine Sledge-Videos mehr zu verpassen, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Dann, äh, bedanken wir uns für's Zuschauen, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal bei ACKs & Co. Ciao, ciao. Genau, reden wir auch. Fahr mal rückwärts mit Vollgas weg. bịt. Vielen Dank.